Willkommen zurück und schön, dass du wieder da bist, heute mit einem sehr wichtigen Thema, das wir jetzt im Zuge der Corona-Krise besprechen können. Das ist ein wunderbares Beispiel für das, was ich hier an der Stelle erklären möchte. Deswegen ein sehr, sehr wichtiges Video in Bezug auf das Thema Männlichkeit und deine männliche Entwicklung. Du hast es im Titel schon gelesen, denn dort steht, lass nicht deinen Verstand vergiften, bzw. lass dir nicht deinen Verstand vergiften. Und natürlich ist dieser Titel ein bisschen überspitzt formuliert, aber worum geht es in diesem Video? Wir sind eben in der aktuellen Lage, in der wir sind, nämlich Thema Coronavirus, Thema Corona-Krise. Wir sind eben jetzt zu Hause, sind einigermaßen isoliert. Und was dir bestimmt aufgefallen ist, ist, dass die Medien voll von diesem Thema sind. Also du findest keine Nachrichtensendungen, du findest keine Zeitung, du findest keinen Google-News-Artikel, der nicht sich mit diesem Thema beschäftigt. Also es ist überall, es greift überall um uns herum und es ist vor allem, und das ist der Punkt, den ich hier machen möchte, in den Medien extrem präsent. Und das ist genau das, was normalerweise auch in unserem Leben passiert und wo wir aufpassen müssen, als natürlich Menschen, aber wir gucken uns hier speziell natürlich immer Männer an, wo wir als Männer aufpassen müssen, was wir uns von außen, aus der sozialen Welt, von der Außenwelt sozusagen, was wir uns an Informationen holen und was diese Informationen mit uns machen. Und das hat auch ganz viel mit dem Frauen-Ansprechen-Thema zu tun. Da komme ich aber im späteren Verlauf nochmal drauf. Also erstmal grob erklärt, was ich meine. Ich meine Folgendes. Am Anfang der Zeit, wo es jetzt mit dem Coronavirus losging, war es bei mir auch so, dass ich mich noch relativ viel informiert habe. Ich habe mir noch relativ viel angeschaut, habe mir jeden Tag auch mehr sozusagen ein Update angeschaut. Das lag aber auch ein bisschen daran, dass zu der Zeit ja noch, ich sag mal, viel Neues passiert ist. Es hat sich von einem Tag auf den anderen verändert, dann waren die Hochschulen geschlossen, dann durftest du keine Veranstaltung mehr mit 5000 Leuten machen und dann kam auch schon die Ausgangssperre. Das heißt, da hat sich einfach auch viel verändert und ich habe mich einfach viel auch informiert. Und was ich gemerkt habe, und das ist so eine Sache, die ich immer wieder bei solchen Sachen gemerkt habe, ist, je mehr ich mich informiere, und das geht dir sicherlich auch so, desto mehr kriegt man den Eindruck, dass es irgendwie nur noch darum geht. Ich hatte das Gefühl, alle Leute reden nur noch darüber, was auch viel daran lag, dass ich immer darüber geredet habe. Weil ich es immer geguckt habe. Und ich hatte das Gefühl, ja, es gibt kein anderes Thema mehr und es ist so unglaublich ernst und unglaublich gefährlich. Und es hat wirklich meine Stimmung runtergezogen von, wo es mir eigentlich gut ging, auf einen negativeren Punkt. Bis ich das dann erkannt habe und entschieden habe, wie ich das eigentlich auch vorher schon mal entschieden hatte, dass ich mich den News, den Neuigkeiten nicht mehr wirklich aussetzen werde. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe dann einfach diesen Input von draußen, habe ich, ja, ausgeschaltet. Ich habe nichts mehr geschaut. Ich habe mich darüber nicht mehr unterhalten. Ich habe keine Informationen mehr aktiv gesucht. Und das war dann auch ganz witzig, dass in meinem Handy-Newsfeed dann irgendwann keine, ja, keine Infos mehr kamen zum Coronavirus. Also wenn ich nach links geswiped habe, habe ich immer so eine Newsfeed-Seite gehabt. Und zu der Zeit, wo ich viel gelesen habe, waren da wirklich nur Coronavirus-Sachen, weil mein Handy-Algorithmus halt gesehen hat, das klicke ich an. Und als ich aufgehört habe damit, sind immer weniger davon da gewesen. Und daran zeigt sich schon, was für einen Einfluss oder was für einen gefährlichen, und hier kommen wir zu dem Punkt, vergiftenden Einfluss, auch die Draußenwelt, die Medienwelt, teilweise auch unabsichtlich, auf dich als Mensch haben kann. Natürlich sitzt da niemand bei einer Zeitung und schreibt einen Artikel und denkt sich, haha, jetzt vergifte ich mal den Verstand der Leute. Das denkt sich natürlich niemand. Die Leute wollen informieren, das ist ganz klar. Und natürlich gibt es auch das eine oder andere schwarze Schaf. Aber es geht mehr um diese Gesamtheit, die Gesamtheit der Informationen, nämlich dass alle darüber berichten, sorgt dafür, dass es zu einer toxischen, zu einer, ja, schädlichen Informationslage wird für dich als Person. Und ich werde jetzt gleich darauf kommen, warum das so ein kernwichtiges Thema ist und wie sich das auf die anderen Bereiche Männlichkeit und Erfolg mit Frauen übertragen lässt und was du daraus lernen kannst. Aber nur noch mal kurz, um das hier abzuschließen. Also, ich hatte eben den Newsfeed, wo einfach nur noch Nachrichten aus dieser Coronavirus-Sache drauf waren und deswegen habe ich auch den Eindruck bekommen, durch mein Handy, durch mein Newsfeed, dass es, ja, total wichtig ist, dass es kein anderes Thema mehr gibt. Ich hatte das Gefühl, es wird über nichts mehr anderes berichtet. Das stimmte gar nicht, nur hat halt mein Algorithmus mir nur noch das ausgespuckt. Beim Fernsehen hast du es jetzt nicht unbedingt, aber sobald du irgendwas Technisches mit dem Internet verbundenes benutzt, dann kriegst du spezifisch die Sachen, die du anklickst. Und wenn du dich halt immer weiter reingräbst in sowas, in zum Beispiel so ein Thema, dann kriegst du halt immer weiter die Informationen, die du haben willst. Und natürlich auch die krassen Informationen. Natürlich sowas, genau wie der Titel dieses Videos, immer übermäßig krass ausgeschrieben, um halt deine Aufmerksamkeit zu erregen. Das kommt auch noch zusätzlich hinzu. Da muss man einfach extrem vorsichtig sein, denn sonst kann es sein, dass man seinen Verstand mit solchen Informationen vergiftet. Dass man extrem schlechte Laune bekommt, dass man irgendwie nicht mehr rauskommt aus diesem Thema. Und das, was hier jetzt beim Coronavirus passiert, das passiert eben in unserem normalen Alltag auf ganz, ganz vielen Ebenen. Das ist zum Beispiel auch der Grund und auch Schuld daran, dass viele Männer nicht in der Lage sind, Frauen anzusprechen, weil so im Gesamtkonsens der Gesellschaft so ein bisschen die Idee vorherrscht, das wäre nicht in Ordnung und das dürfte man nicht. Und ja, weil man sich mit diesen Informationen schlecht auseinandersetzt oder weil man diese Informationen in sein System lässt, ja, macht man es dann nicht. Oder wenn man vielleicht seiner Familie davon erzählt oder seinen Freunden und die geben dir negatives Feedback. Das sind in diesem Moment Informationen, die solltest du einfach ausblenden. Gleiches Thema, das hatten wir vor diesem ganzen Coronavirus-Thema, ist diese Feminismus-Debatte. Also viele Männer, die sich damit extrem beschäftigt haben, hatten den Eindruck, das ist unglaublich schlecht und es gibt nur noch das. Und die Feministen haben böse Absichten. Und natürlich gibt es Feministen, die einfach wirklich viel Quatsch erzählen und auch vielleicht gerne positiven Absichten haben. Aber wenn man sich zu viel damit beschäftigt, dann kann das einen negativen, einen toxischen Einfluss hier oben auf deinen Verstand haben. Und kann dann entweder dafür sorgen, dass du das Gefühl hast, alle Frauen sind gegen mich, Feminismus ist böse. Oder das Gefühl hast, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, weil man darf das ja nicht mehr und man darf das nicht mehr machen. Und all das hat damit zu tun, welche Informationen du in dein System lässt. Und es ist eben ein Zeichen meiner Meinung nach eines Erwachsenen, eines ausgewachsenen, reifen Mannes, dass er wirklich guckt, welche Informationen er in sein Leben lässt. Das ist die gleiche Idee mit, welche Menschen lasse ich in meinem Leben. Du willst nicht jeden Menschen dein Leben lassen, weil manche Leute dir einfach nicht gut tun. Du willst bei weitem nicht jede Frau in dein Leben lassen, weil manche Frauen dir einfach nicht gut tun. Und das ist das gleiche Prinzip hier mit den Informationen. Du solltest wirklich schauen, was beeinflusst mich, wer beeinflusst mich und auf welche Weise beeinflusst mich diese Sachen. Und dann solltest du ganz elektiv gucken, was du davon haben willst und was nicht. Das heißt, solche Nachrichten, wie sie manchmal durch Feminismus verbreitet sind, die einfach das ganze Männlichkeitsthema in Frage stellen, die alle möglichen Aspekte der Männlichkeit kritisieren, das sind einfach Informationen, die du nicht in dein System lassen solltest, weil diese Informationen verwirren dich und bringen dich unter Umständen auf einen negativen Pfad. Gleiches hier wie beim Coronavirus. Und eine andere Sache, die da sehr problematisch mitspielt, und das ist einfach in uns Menschen angelegt, ist unsere Tendenz dazu, man nennt das in der Psychologie, den Häufigkeitsvaliditätseffekt, bedeutet einfach, je häufiger wir etwas hören, desto wahrer wirkt es für uns. Das heißt, wenn du immer wieder davon liest, das Coronavirus, oh Gott, du musst super gefährlich, so gefährlich, so gefährlich, weil natürlich wollen alle Newsseiten halt die krassen Schlagzeilen, ne? Und dann schreiben die halt sowas. Und wenn du das immer wieder liest, dann ist das für dich wahr. Dann hältst du es irgendwann für die Wahrheit. Und wir haben ja auch in den vergangenen Videos schon über einen anderen psychologischen Effekt. gesprochen nämlich den Effekt, dass du immer versuchst, deine Vorerwartungen zu bestätigen. Das heißt, wenn deine Vorerwartungen sind, oh Gott, Feminismus ist eine ganz schlimme Sache und Frauen wollen uns Männer zerstören, dann wirst du halt die Informationen raussuchen und natürlich hilft das Internet, der Algorithmus dir dann auch noch dabei. Da haben wir eben drüber gesprochen, ähnlich an das Handybeispiel. Natürlich hilft dir der Algorithmus auch noch dabei, dann genau die Informationen zu finden, die deine Vorerwartungen bestätigen. Das heißt, hier spielen ganz, ganz viele sehr, sehr starke psychologische Mechanismen zusammen, dir zum Nachteil. Und deswegen ist es so wichtig, dass du bewusst unterwegs bist. Und hier schließt sich dann auch wieder der Kreis zu solchen Thematiken, wie zum Beispiel Meditation und Achtsamkeitstraining. Darüber sprechen wir auch regelmäßig, dass du meditieren solltest. Das ist ein wichtiger Schritt auf der Entwicklung zur Männlichkeit. Das ist allgemein ein wichtiger Schritt für jeden Menschen. Aber wir, wie gesagt, beschäftigen uns hier mit dem Männlichkeitsthema. Denn diese Meditation, die wird dich bewusster, die wird dich wacher machen, die wird dich aufmerksamer machen für diese Dinge, die in dein Umfeld eindringen wollen. Ob es jetzt Personen sind, ob es jetzt die Medien sind. Und gerade bei den Medien muss man einfach vorsichtig sein, weil die Medien die Tendenz dazu haben, das zu übertreiben. Die wollen es dir halt verkaufen. Die wollen, dass du es liest. Die wollen, dass du es klickst. Es ist tatsächlich ähnlich wie mit meinem YouTube-Titel hier. Und da muss man einfach immer ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn ich das sage, dann meine ich es auch so. Dann darfst du auch gerne vorsichtig den Informationen, die ich dir gebe, gegenüber sein. Wobei ich den Anspruch habe und denke, ich auch umsetze, dass ich in meinen Videos dann schon qualitativ sehr korrekte und keine überhypten Sachen sage. Also auch wenn meine Titel manchmal reißerisch sind, das gebe ich gerne zu. Da will ich auch aufmerksamkeit erregen. Strebe ich es schon an. Und ich glaube, das schaffe ich auch in meinen Videos, eine sehr ehrliche und authentische Sichtweise der Dinge rüberzubringen. Also das, was ich dir in den Videos sage, ist kein Rumgehype, sondern einfach so sehe ich das oder so ist unter Umständen meine Erfahrung. Das heißt, um das nochmal zur Conclusion zu bringen, zum Abschluss zu bringen, sei einfach vorsichtig und erkenne es hier, siehe es an diesem Praxisbeispiel Coronavirus, wie Informationen deinen Verstand wirklich vergiften können und dich in eine ganz, ganz schlechte Richtung treiben können. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mich irgendwann dafür entschieden habe, eigentlich keine News zu gucken. Ich, ich, gerade in der Vergangenen, also jetzt mache ich es wieder ein bisschen mehr. Nicht viel. Ich gucke nicht viel. Ich lese auch nie Zeitung. Aber ich habe mich dagegen entschieden, das zu machen. Also ich lese generell sehr, sehr viel. Ich würde jetzt dir davon abraten, das zu machen, wenn du generell überhaupt nicht liest und dann noch keine News liest, dann informierst du dich ja überhaupt nichts mehr. Das natürlich nicht. Zu lesen ist eine ganz wichtige Sache. Ich lese unglaublich viel. Ich lese wöchentlich mehrere Bücher, aktuell tatsächlich keine Persönlichkeitsentwicklungsbücher, sondern Sci-Fi-Bücher, da habe ich gerade richtig Bock drauf. Aber ich lese einfach viel und informiere mich generell sowieso sehr, sehr viel. Aber News, Zeitung etc., das ist etwas, was ich in meinem Leben ausgeschlossen habe. Einfach, weil mir fehlt die praktische Relevanz. Es ist ja schön, das zu wissen, aber man muss immer wissen, und das haben wir damals tatsächlich, als ich ein Semester lang Journalismus studiert habe, auch dort gelernt, ich erinnere mich daran, dass mein Journalismusprofessor mir sagte, ja, die Neuigkeiten verkaufen sich nur, wenn sie schlecht sind. Also, die Leute wollen die schlechten Neuigkeiten und die Medienagenturen schreiben die schlechten Neuigkeiten. Die Bild ist natürlich ein klassisches Beispiel dafür. Die übertreiben und hypen natürlich alles und das funktioniert ja auch sehr gut. Aber es schadet dir eben. Und du musst dich halt im Umkehrschluss immer fragen, was bringen dir diese Informationen? Also, was bringt es dir jetzt, wenn du in der Bild-Zeitung gelesen hast, oh, in Köln wurde wieder von einer Gang-Familie irgendwer umgebracht oder Trump, keine Ahnung, beklaut ein Kinderkrankenhaus in New York City oder was auch immer. Du verstehst ja, was ich meine. Du musst dich immer fragen, was bringt dir das? Was bringt dir diese Informationen wirklich? Hat sie dir jetzt irgendwas gebracht? Hat sie irgendeine praktische Relevanz für dein Leben? Meistens ist die Antwort nein. Beziehungsweise, die einzige praktische Relevanz, die das für dein Leben hat, ist, dass sie dir den Eindruck vermittelt, die Welt wäre sehr negativ. Damit ziehst du dich selbst runter und im Umkehrschluss dann auch andere Leute. Also, ich sehe absolut fast gar keinen positiven Wert darin. Es ist genauso wie über Politik zu diskutieren. Warum sollte ich darüber diskutieren? Das macht gar keinen Sinn. Entweder ich gehe wählen oder ich gehe halt nicht wählen. Aber warum diskutiere ich darüber? Das macht gar keinen Sinn. Also, entweder bin ich Politiker und setze mich politisch ein oder ich bin eben kein Politiker und setze mich politisch ein. Da muss ich dann nicht ständig darüber diskutieren, denn das hat keinen inneren Wert, zumindest für mich nicht. Und deswegen habe ich solche Themen aus meinem Leben generell ausgegrenzt. Und beschäftige mich nicht damit. Aber wie gesagt, ich würde dir empfehlen, trotzdem viel Wissen zu konsumieren. Aber eben dieses Wissen, was praktisch für dich umsetzer ist, was dir einen praktischen Vorteil in deinem Leben bringt und praktische Vorteile im Leben der anderen Leute. Also, das Wissen, was ich dir jetzt hier vermittle, das kannst du praktisch umsetzen. Du kannst daraus Vorteile für dein Leben ziehen. Genauso, wenn ich dir was über das Frauenansprechen erkläre. Genauso, wenn du schnell guckst zum Thema Sport oder Ernährung. Unglaublich wertvolles Wissen. Also, die meisten Leute können irgendwelche Politikdebatten führen, aber haben keine Ahnung, was sie eigentlich essen, was da ist, was die essen, was gesundes Essen ist, was schlechtes Essen ist. Und das sind die Formationen, die du wirklich dir besorgen solltest. Weil das hat wirklich Relevanz für dein Leben. Und auch noch dafür, was du anderen Leuten erzählst. Also, es ist so wichtig. Und nicht dieser Quatsch, nicht dieser Bullshit, der absolut keine praktische Relevanz für dich hat. Und deswegen einfach aufpassen, gucken, was du in deinen Geist lässt und da einfach eine sehr bewusste Entscheidung treffen. Denn diese Entscheidung, die ich zum Beispiel getroffen habe, mir keine News anzugucken, ist auch eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, die ich auch mehrmals getestet habe. Was ich da meine, ist, ich habe mir mal Zeiten News angeguckt, dann wieder eine Zeit lang nicht. Und habe einfach geguckt, bringt mir das irgendwas? Wie fühle ich mich? Und es war sehr negativ für mich in der Zeit, wo ich mir die News angeguckt habe. Viel negativer im Vergleich zu der anderen Zeit, wo ich das eben nicht in mein System gelassen habe. Das ist die Kernmessage hier. Ich hoffe, dieses Video war für dich verständlich und hat dir sogar gefallen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Es geht hier nicht immer nur um Flirttricks und Flirttechniken. Es geht auch um viele andere Dinge. Und das ist einer der Kernelemente auf deinem Weg zum Mannsein. Ich freue mich, dass du da warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Hier abonnierst du den Channel, wenn du noch nicht gemacht hast, auch die Glocke drücken. Hier kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und hier kommst du zu weiteren Videos mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.